Ajo Bovan, meine Lieben, ich grüße euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir uns mal über das Thema Scheitern unterhalten und welche Gründe es dafür gibt. Also was sind so die häufigsten Gründe dafür, dass wir mit unserem Business oder vielleicht auch mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, Zwinker, Zwinker, steht ja an, oder generell irgendwie im Leben scheitern. Was sind so die häufigsten Gründe dafür, dass wir scheitern? Und ich möchte euch selbstverständlich auch so ein paar Impulse dafür geben oder dazu, wie ihr diese Fehler vermeiden könnt. Wie immer findet ihr alle Links zu diesem Livestream unter go.onlinedurchbruch.com. Da unten läuft es gerade durch. Da findet ihr alle Links zu den vorherigen Livestream-Aufzeichnungen. Ihr findet dort einen Erfolgsblog. Ihr findet dort Zusammenfassungen von Büchern, die ich sehr empfehlen kann. Und wie gesagt, dort dann auch die Aufzeichnungen unserer vorherigen Livestreams. Denn die letzte Woche oder jetzt auch am Wochenende haben wir uns sehr intensiv darüber unterhalten, wie wir das Fundament unseres Businesses schaffen können. Wie wir unsere Träume zu Plänen machen. Wie wir unsere täglichen Tasks organisieren. Und das, was wir mit all dem vermeiden wollen, ist ja das Scheitern. Wir sollten es aber nicht ganz ausklammern, beziehungsweise sollten wir vielleicht schauen, dass wir auch aus den Fehlern anderer Leute lernen können. Dass wir uns anschauen können, woran sind denn andere Menschen gescheitert, um es besser zu machen. Oder zumindest aus deren Fehlern etwas zu lernen. Ja, wenn man mich fragt, was sind denn die Gründe fürs Scheitern, dann kann ich das recht einfach mit zwei Möglichkeiten beantworten. Und zwar, entweder fangen wir gar nicht erst an oder wir geben zu früh auf. Das sind die einzigen zwei Gründe, warum Menschen scheitern. Wir fangen nicht an oder wir geben zu früh auf. Das sind die einzigen beiden Gründe, warum wir scheitern können. Wichtig ist vielleicht an der Stelle nochmal kurz, das Wort Scheitern zu definieren, so wie wir es jetzt hier heute nutzen wollen. Scheitern bedeutet für mich, dass man seinen Traum aufgibt, dass der quasi abgehakt wird und dass das der große Fail des Lebens war. Scheitern bedeutet nicht, dass wir auf unserem Weg nicht auch mal Hindernissen begegnen. Und Scheitern bedeutet auch, zumindest für mich, nach meiner Definition nach, nicht, dass wir nicht auch mal hinfallen auf dem Weg. Wichtig ist dann halt wieder aufzustehen. Und da haben wir es nicht zu früh aufgeben. Wenn wir also mit unserem ursprünglichen Plan irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fliegen, dann sollten wir überlegen, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt und wie können wir es besser machen. Und dann stehen wir aber auf und gehen weiter. Dann sind wir nicht gescheitert. Wir scheitern erst in dem Moment, wo wir wirklich aufgeben. Oder aber da, hier, gar nicht erst anfangen. Das ist meiner Meinung nach sogar sehr viel häufiger das Problem. Wie viele Menschen haben tolle Pläne, haben tolle Ideen, haben tolle Ambitionen und erzählen Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus von ihren tollen Plänen. Aber was passiert? Sie setzen nicht um. Deswegen, wenn wir es auf der Meta-Ebene betrachten wollen, gibt es im Grunde nur diese zwei Gründe, warum jemand wirklich scheitert. Entweder er oder sie fängt gar nicht erst an oder aber er oder sie gibt zu früh auf. Das ist jetzt aber noch ein bisschen schwammig. Da können wir ja noch keine wirkliche Lehre draus ziehen. Deswegen möchte ich da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und ja, das ist jetzt hier, wie gesagt, auf der Meta-Ebene. Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen reinzoomen und mal gucken, dieses Nicht-Anfangen oder zu früh aufgeben. Was gibt es denn dafür wiederum für Gründe? Oder was sind so die häufigsten Gründe, warum das passiert? Punkt Nummer eins ist, du wartest auf Motivation. Ja, heute ist mir nicht so, morgen vielleicht übermorgen. Und wir wissen ja, wie das ist mit der Prokrastination. Wenn wir nicht innerhalb von 72 Stunden anfangen, dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit niemals beginnen. Und du wirst feststellen, dass die wirklich erfolgreichen Menschen häufig auch unmotiviert sind. Wichtig ist, dass sie wissen, warum mache ich das? Kenne dein Warum? Auch das hatten wir schon. Wenn ich mein Warum kenne und wenn ich weiß, weshalb und wieso ich erfolgreich sein möchte, weswegen ich mit meinem Plan, ob jetzt ein Business, ob es vielleicht was Soziales ist, ob es vielleicht irgendwie bei mir im nächsten Jahr steht es an, mehr Work-Life-Balance abnehmen. Ich muss dringend ein paar Kilo abnehmen. Ja, meinst du, ich bin motiviert, ins Gym zu gehen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn man jetzt mal diese Maschinen da im Gym sich anschaut, die Jungs, die so richtig durchtrainiert sind oder die Mädels, die richtig durchtrainiert sind und die mal fragt, wie machst du das, dass du morgens aufstehst und Bock hast, ins Gym zu gehen und dich so richtig auszupowern, dann werden höchstwahrscheinlich die meisten davon dir sagen, dass sie diese Motivation nicht haben. Sie haben es sich aber zur Angewohnheit gemacht, ihre Schuhe anzuziehen, rauszugehen, ins Gym zu gehen und zu pumpen oder zu joggen oder was auch immer. Motivation ist schön, wenn man sie hat. Aber wenn du nur dann aktiv werden möchtest, wenn du auch motiviert bist, dann ist das eventuell die Wurzel des Scheiterns. Denn an sehr viel mehr Tagen muss man sich selber motivieren. Die Motivation kommt nicht von alleine. Also warte nicht auf Motivation, sondern lege los, zieh durch. Der zweite wichtige Grund dafür, warum Menschen scheitern, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, im Moment ist die wirtschaftliche Situation ja nicht so. Ja, im Moment ist dies, im Moment ist jenes. Ich verrate dir ein Geheimnis. Und im Grunde ist es kein Geheimnis, weil wenn du das mal wirken lässt, mal drüber nachdenkst, wirst du wahrscheinlich feststellen, ja, genau so ist es. Wir haben uns schon immer gesagt, dass im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ob es zu Zeiten der C-Krise war, wo wir gesagt haben, ja, im Moment im Lockdown, da können die Leute, ich weiß nicht, ob Lockdown auch bei Facebook was ist. Ich sage es nicht nochmal, vielleicht, wenn ich es nur zweimal gesagt habe, ist es in Ordnung. Aber die Leute sind im Lockdown und deswegen kann ich mit meinem Geschäft jetzt nicht starten. Oder da ist ein Krieg in Europa und die Strompreise, die Gaspreise gehen durch die Decke. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder hier beispielsweise auf Sri Lanka hatten wir, bevor das mit dem C-Thema losging, ein Jahr davor sehr heftige Anschläge hier gehabt, die die Tourismusindustrie zum Einbruch gebracht haben. Auch nicht der richtige Zeitpunkt. Du merkst, es ist immer irgendwas, weswegen wir sagen, im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss noch ein Jahr warten. Vielleicht ist es noch ein Zertifikat, das ich brauche. Vielleicht noch irgendeine Weiterbildung, Ausbildung. Vielleicht will ich noch irgendein Coaching zum Thema Marketing machen, bevor ich loslege. Hier kommt das große Geheimnis. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es wird kein richtiger Zeitpunkt kommen. Dafür ist die Welt zu komplex. Es wird immer irgendeinen Grund geben, den wir uns vorgaukeln können, den wir anderen vorgaukeln können, warum im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es wird niemals den richtigen Zeitpunkt geben. Aber die gute Botschaft daraus ist, wenn nie der richtige Zeitpunkt ist, dann ist letzten Endes immer der richtige Zeitpunkt. Es gibt nie einen besseren Zeitpunkt als zu starten wie jetzt. Ein chinesisches Sprichwort sagt, der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war vor 50 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Deswegen starte jetzt. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und wenn du auf den wartest, wirst du niemals starten. Punkt Nummer drei. Du hast Angst vor Fehlern und vorm Scheitern. Also, was werden die Nachbarn sagen? Meine Kollegen werden mich auslachen, wenn ich ihnen jetzt erzähle, dass ich mir ein Zeithassel aufbaue, ein Lebengeschäft, ein zweites Standbein aufbaue. Und das vielleicht scheitert, wenn ich damit nicht erfolgreich bin, dann werden die mich auslachen. Oder meine Frau, mein Mann, was wird er oder sie von mir denken, wenn ich jetzt mich hier selbstständig mache und damit auf die Schnauze fliege? Wir haben Angst vor Fehlern und vor Scheitern. Und das ist etwas, was ich gerade in Deutschland sehr beobachte, dass Fehler und Scheitern so ein, wie sagt man, ein Manko ist. Schöner scheitern, das ist so eine Aufforderung aus der Lean-Startup-Szene. Zumindest begegnet mir das dort immer wieder. Und da bin ich sehr begeistert, dass sich da tatsächlich etwas wandelt, weil das auch im deutschsprachigen Raum wirklich gepredigt wird. Mache deine Fehler schnell. Lerne aus deinen Fehlern. Scheitere schnell. Schöner scheitern. Das ist so das Motto. Und das ist in anderen Ländern tatsächlich schon immer Kultur gewesen. In den Staaten beispielsweise arbeitet niemand mit dir zusammen, wenn du noch nicht mindestens einmal so richtig schön auf die Schnauze geflogen bist. Weil auch Scheitern soll gelernt sein oder muss gelernt sein. Und ab und an gibt es das, nur dann kann man sehr schön beobachten, wie fatal das ist, junge Unternehmer, die direkt durch die Decke schießen. Die nicht scheitern, die wirklich von 0 auf 100 durchs Dach schießen und denen dann gewisse Ressourcen fehlen, ohne das jetzt zu werten. Ob das dann Hochmut ist oder ob das so ein Gefühl des Unbesiegbarseins ist. Aber auf jeden Fall ist das etwas sehr, sehr Gefährliches. Menschen, die Fehler gemacht haben, Menschen, die schon mal gescheitert sind, wissen, wie sie damit umgehen. Und die gehen auch mit einem ganz anderen Mindset ran. Und deswegen wünsche ich mir, dass auch in Deutschland eine gewisse Fehlerkultur entsteht, wo man nicht sofort vom Fenster weg ist. Wo man seinen Namen verbrannt hat, wenn man Fehler gemacht hat, wenn man gescheitert ist. Und interessanterweise ist gerade bei der Angst vor Fehlern und vor dem Scheitern sehr viel häufiger das Ding hier oben drin. Natürlich gibt es auch Unternehmen und Unternehmer, die scheitern. Und ja, auch mit unseren guten Vorsätzen fürs neue Jahr, wenn wir jetzt mal vom Business weggehen, kann es passieren, dass man scheitert. Aber wenn wir es gar nicht versuchen, dann sind wir schon zu 100 Prozent gescheitert. Wir haben also prozentual gesehen eine deutlich bessere Chance auf Erfolg, wenn wir es versuchen. Selbst wenn es dort das Risiko von Fehlern gibt. Aber auch die sollten wir reframen und sollten sagen, spannend, mal gucken, was ich für einen Fehler heute machen kann. Wichtig ist dann natürlich, aus diesem Fehler zu lernen und besser zu werden dadurch. Also keine Angst vor Fehlern, keine Angst vorm Scheitern. Leg lieber los und dann wirst du schon sehen, wo vielleicht irgendwo Hürden kommen. Und selbst wenn du komplett auf die Schnauze fliegst, hast du dadurch unglaublich viel an Erfahrung gesammelt. Und deswegen gibt es dieses Scheitern im Grunde gar nicht. Selbst wenn das, was wir jetzt mal hier als Scheitern bezeichnen, eintreten sollte, hast du daraus Erfahrung fürs Leben, für dein Business, für deine Strategien gesammelt. Und deswegen ist auch das Scheitern letzten Endes ein Gewinn. Vielleicht nicht der Gewinn, den wir uns wünschen, aber auf lange Sicht wird uns das weiterbringen. Punkt Nummer vier, du willst alles perfekt machen. Der Perfektionismus, das ist ein ganz wichtiger Grund dafür, warum Menschen scheitern. Und das wirkt so paradox, weil wir wollen doch perfekt sein, dann können wir doch nicht scheitern, wenn alles perfekt ist. Ja, aber auch diese Idee von der Perfektion gibt es nicht. Du kannst dich niemals zu 100 Prozent auf alle Eventualitäten vorbereiten, ohne dabei in so komplexe Denkmuster und Strukturen zu verfallen, dass du dann eben auch nicht startest. Dann hast du irgendwann theoretisch in 20, 30 Jahren den perfekten Plan. Aber die Zeit ist schon längst um, in der du hättest starten können. Perfektion ist, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wieder so ein deutsches Thema ist, aber auch das erlebe ich in anderen Ländern anders, wo erst mal gestartet wird und dann geschaut wird, wo geht es denn hin? Wie können wir uns flexibel an die Umstände anpassen? Und Perfektion, so dieser Wunsch von einem perfekten Businessplan oder einer perfekten Strategie oder das Produkt muss perfekt sein, das führt uns dazu, dass wir halt niemals starten. Deswegen lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Lass diese falsche Perfektion los und man kann sich auf dem Weg ja auch umentscheiden. Das ist so dieses Konzept vom agilen Projektmanagement, vom Scrum-Management, dass wir wissen, da will ich hin, hier stehe ich jetzt und jetzt gehe ich mal los und gucke mal, wie ich da hinkomme. Und der Weg ist halt niemals gerade dorthin. Deswegen Perfektion entsteht vielleicht auf dem Weg, aber vielleicht wird sie auch niemals da sein. Deswegen lass diesen Gedanken los. Ich muss erst alles perfekt vorbereitet haben. Punkt Nummer 5. Dein Planungsprozess ist ineffektiv und hält dich auf. Ja, es ist wichtig, dass wir gute Strategien haben, dass wir gute Formate, dass wir gute Tools zur Hand haben, dass wir unseren Prozess entsprechend planen können. Aber wenn dieser Planungsprozess mehr Raum einnimmt als das Projekt dann schlussendlich selber, dann läuft da was falsch. Das hatten wir beispielsweise beim Thema, als es um das Business Model Canvas ging. Da habe ich dir erzählt, wie man vor 25 Jahren Business Pläne gemacht hat, wo man erst mal 150, 160 Seiten mit diversen Tabellen und Kalkulationen ausarbeiten musste, bevor man überhaupt irgendwie an einen Investor herantreten konnte. Das ist super uneffektiv. Also ich habe damals, hatte ich dir erzählt, mindestens ein Jahr lang an einem Business Plan gearbeitet. Nur um am Ende festzustellen, dass wir zu früh sind und die Investoren noch überhaupt nicht richtig verstanden haben, was wir wollten. Die Zeit hätte ich mir doch sparen können. Und deswegen achte darauf, dass dein Planungsprozess für dein Business, aber auch für private Projekte nicht so kompliziert ist, dass du dich mehr an der Planung aufhältst als an der Umsetzung. Wenn dein Planungsprozess ineffektiv ist und dich aufhält, dann macht es Sinn, an der Stelle sich nach anderen Tools umzuschauen. Und ich stelle dir hier immer wieder ja auch Tools vor, die meiner Meinung nach sehr schlank und sehr effektiv sind. Also schreib bitte keinen alten klassischen Business Plan von 150 Seiten. Mach bitte keine Berechnungen, wo du einen Mathematiker für brauchst, dass das nochmal gegengerechnet wird, sondern mach einen schlanken Business Plan und lege los. Der Planungsprozess soll dir auf dem Weg helfen. Der Planungsprozess soll nicht den Hauptteil des Weges einnehmen. Punkt Nummer 6. Du gibst deinem ersten Hindernis sofort auf. So gut wie kein Business der Welt ist ohne Hindernisse von 0 auf 100 gestartet. In aller Regel ist es so, dass Businesses, also Geschäfte, sich auf dem Weg bewähren müssen. Und es gehört absolut mit dazu, dass da Hindernisse kommen, die man dann mal mehr, mal weniger kreativ lösen kann. Aber diese Hindernisse auf dem Weg gehören mit zum Wachstum dazu. Wenn wir uns die Geschichte von Apple anschauen, wenn wir uns die Geschichte von IBM anschauen, von Microsoft, da haben wir überall Hindernisse auf dem Weg, die irgendwie gelöst wurden, aber die sind nicht irgendwie wie auf einer Eisbahn von Start zu Ziel ganz easy dahin geschlittert und geklitten, sondern es sind immer wieder irgendwo Hügel gewesen, die man bezwingen musste. Und das gehört zu einem Business mit dazu. Das gehört auch zum Erfolg im Privaten mit dazu, dass man Hindernisse für sich auch reframed und sie als Herausforderungen sieht, als Möglichkeiten zum Wachstum, als kleine Rätsel. Also vielleicht kennst du solche Escape Rooms, wo man Rätsel in einem Zimmer lösen muss, um irgendwie sich aus dem Gefängnis zu befreien oder so. Und das ist so ein bisschen diese Kultur, die ich spüre, wenn ich erfolgreiche Entrepreneure in ihrem Business sehe, wenn da ein Hindernis kommt. Das ist dann nicht, oh mein Gott, da kommt der große Fallstrick, der uns jetzt zum Stürzen bringt. Nein, es ist eher dieses spielerische Escape Room-artige, cool, interessant, da haben wir ein Problem und jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das lösen können. Also da wird mit so einem spielerischen Geist rangegangen. So und dann der siebte Grund, weswegen Menschen scheitern können, ist, deine Pläne sind einfach nicht realistisch. Und da kommt jetzt wieder das Klischee der NLPler zum Tragen. Wie kann der Stefan sagen, Pläne sind nicht realistisch? Ja, die wenigsten wirklich geilen Pläne, die die Welt tatsächlich verändert haben, wirkten zu Beginn realistisch. Je unrealistischer Pläne sind, desto geiler kann das Ergebnis sein. Es gibt aber durchaus auch den Moment und denke dran, gestern bei der Walt Disney Strategie habe ich dir erzählt, wann Walt Disney den 3D-Film erfunden hat, wohl wissend, oder das hat er dann rausgefunden, dass sich das noch nicht realisieren lässt, weil die Technik einfach noch nicht so weit ist. Er hatte die Idee aber schon. Und dementsprechend konnte er zusammen mit, ich komme jetzt nicht drauf, Steve Jobs war damals nicht bei Apple gewesen, sondern bei einer Firma, die Computer für genau sowas hergestellt hat. Und deswegen hat Disney mit Steve Jobs sich zusammengetan, oder die Disney Company natürlich, sich mit Steve Jobs und seiner Company zusammengetan, als die Technik so weit war. Die Idee war schon da. Sie haben nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Wann können wir das endlich umsetzen? Und das gehört eben auch mit dazu. Klar, man sollte nicht beim ersten Blick drauf sagen, das ist unrealistisch. Das funktioniert nicht. Nein, das nicht. Aber wenn wir das durchplanen, beispielsweise mit der Walt Disney Strategie rangehen und es wirklich durchplanen und merken, hey, das ist im Moment einfach nicht realistisch, dann sollten wir es auch einsehen. Und da erlebt man dann immer wieder bei denen, die grandios gescheitert sind, dass deren Pläne einfach nicht realistisch waren. Oder zumindest noch nicht realistisch waren. Wie gesagt, beim 3D-Film hat es einfach 50 Jahre gedauert, bis die Technologie so weit war, dass man das machen konnte. Wenn ich den Plan habe, ins Weltall zu reisen, dann ist das momentan nicht realistisch. Schau mich an. Mich würde es beim Start in der Rakete zerfetzen. Da müsste ich entsprechend abnehmen, trainieren und so weiter und so fort, das entsprechende Geld zusammenbekommen, weil ich garantiert nicht von einem Staat ins All geschossen werde. Das muss ich selber bezahlen. Und das wäre im Moment einfach noch nicht realistisch. Wir können dorthin kommen. Aber es ist momentan einfach nicht realistisch. Und deswegen, auch wenn immer wieder gesagt wird, Träume groß, du musst große Träume haben. Ja, das ist absolut richtig. Das stimmt. Aber wenn wir all in gehen, dann sollten wir darauf achten, dass wir auch einen realistischen Plan haben. Das heißt ja nicht, dass unser Ziel realistisch für den Otto-Normalverbraucher sein muss. Für uns muss es realistisch sein. Wenn wir aber noch nicht mal einen realistischen Plan haben, wie wir das erreichen wollen, dann ist unser Unterfangen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das ist ein harter Spagat zwischen Träume groß und Träume möglichst wild und ohne Grenzen hin zu sei realistisch. Das ist ein Spagat. Und ich hoffe, du verstehst mich richtig, wie ich das meine mit deine Pläne sind nicht realistisch. Erkenne aber, wenn du einen Plan verfolgst, der im Moment zumindest noch nicht realistisch ist, dann ist tatsächlich noch nicht der richtige Zeitpunkt, um loszugehen. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Punkt zwei, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Manchmal müssen wir einfach realistisch sein und einsehen, aktuell sollten wir nicht all unsere Ersparnisse in dieses Business-Modell stecken, sondern vielleicht ein bisschen länger uns vorbereiten, besser vorbereiten. Ja, meine Lieben, das sind so die sieben häufigsten Gründe gewesen, warum Unternehmen oder Menschen scheitern. Wie immer findest du alle Links zu diesem Livestream unter go.onlinedurchbruch.com. Dort findest du, wie gesagt, auch die Aufzeichnungen vorheriger Livestreams. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch morgen wieder mit dabei bist, wenn wir ein weiteres spannendes Thema rund um dein Freiheitsbusiness behandeln. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.